8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Lukas! Maria! Weißt du, was mir am meisten Angst gemacht hat? Als ich auftauchte und ganz allein war. Das war das Schlimmste. Was ist, wenn Mami und Lukas jetzt auch ganz allein sind? Stell dir vor, wie viel Angst sie haben. Lukas, geh los und hilf jemandem. Du kannst sowas. Schaffst du es allein? Ich verspreche es dir. Hast du meinen Sohn gesehen? Suchen sie ihre Familie? Hast du sie gesehen? Ich helfe ihnen. Josef Benström? Ist er hier? Lukas! Lukas! Simon! Ich werde alle Krankenhäuser absuchen und jede Sammelstelle. Ich finde sie, das verspreche ich dir. Zivilisierte Menschen brauchen Regeln. Und das sind meine. Ich beklaue nur Leute, die genug haben. Und ich tue keinem was, der es nicht verdient hat. Ich brauche die ganze Beute für das nächste Ding. Und ich will meinen Anteil. Was würdest du an meiner Stelle machen, wenn einer so stur ist? Ich würde ihn umbringen, solange ich kann. Maralina! Und das Wichtigste, wenn du was ankündigst und es dann nicht machst. Los geht's!